hey leute willkommen zurück zu baldos gate 3 und heute möchte ich euch einen der wichtigsten charaktere zeigen den ihr euch am anfang von unbedingt holen müsst der dann zu euch ins lager kommt und eben verschiedene dinge euch anbietet die ihr mit ihm machen könnt und ja freund ich zeige euch heute wie das ganze funktioniert wie ihr den verdorrten hier zu euch ins lager holt und wirklich die ganzen vorteile von ihm raus zieht lasst also gern mann däumchen hoch oder auch ein abo da wird mich riesig freuen ansonsten lade ich euch natürlich auch recht herzlich zu uns in den discord ein falls ihr mal mit spieler für baldos gate oder vielleicht auch diablo 4 sucht wir sind da wirklich ziemlich viele coole leute die sich gegenseitig unterstützen und dort könnt ihr euch auch über baldos gate austauschen den link zum discord findet ihr unten in der beschreibung klickt euch da also gerne rein und dann starten wir direkt los ja der verdorrte das ist ein typ den wir am besten am anfang uns holen sollen denn mit ihm können wir einerseits unseren charakter umskillen komplett für 100 euro oder auch eben mietkämpfer bei ihm für 200 euro arrangieren und der typ kommt dann bei uns ins lager und wir können den dann für unsere bedürfnisse nutzen vor allem das umskillen der klasse und der jobs ist natürlich eine coole sache wenn ihr mit eurer klasse am anfang nicht zufrieden seid und den verdorrten muss man tatsächlich erst mal finden damit man hier bei ihm umskillen kann das kostet dann 100 gold stücke ist aber wirklich sehr viel wert wenn ihr mal eure klasse wechseln wollt oder eben coole gegenstände gefunden habt die für eure klasse nicht passen dann könnt ihr das bei ihm hier machen und könnt wirklich eurem charakter komplett einmal umkrempeln und eben ja die punkte neu verteilen die jobs neu verteilen die klasse neu verteilen und alles was ihr eben benötigt um euren charakter eben ja neu zu stufen und das ist schon ein sehr großer vorteil den wir uns nicht entgehen lassen sollten und den verdorrten den könnt ihr wirklich ziemlich früh im spiel finden relativ am anfang nämlich an dieser tür hier die alte tür direkt am ersten checkpoint und die müssen wir einmal öffnen indem wir das schloss knacken braucht dazu am besten in schurke welt ihr seht das schwierigkeitsgrad ist schon ziemlich hoch liegt also bei 20 und da braucht ihr schon wirklich einen der gut in fingerfertigkeit ist und gut in schlösser knacken also am besten in schurke ich habe tatsächlich am anfang auch in schurke ausgewählt mit relativ hohem charismawert auch und die fingerfertigkeit eben dazu und konnte dann hier relativ einfach das schloss knacken ansonsten müsst ihr euch natürlich schauen dass ihr irgendwie einen schurke in die party bekommt so wie hier diesen der weißhaarigen weißhäutigen ich weiß jetzt gerade nicht wie er heißt aber ihr wisst wen ich meine den findet ihr auch relativ schnell am anfang falls sie nicht tötet könnt ihr den auch bei euch in die party reinnehmen ja und dann kommen wir hier in dieses gewölbe rein das ist tatsächlich in fallen raum und da müsst ihr ziemlich acht geben dass sie erstmal nicht in die mitte an den sarg geht sondern hier an der seite vorbei ihr könnt die kleinen särge an der seite natürlich öffnen euch dort dann quasi den loot rausholen aber wichtig ist dass sie erstmal nicht in die mitte an den sarg geht wenn ihren nicht entsprechende schloss knacken skills habt denn dann löst die falle aus und die macht ordentlich schaden tötet sogar meistens alle charaktere auf einmal deswegen geht einfach hier an der seite etwas entlang versucht die särge an der seite zu öffnen und geht dann in den nächsten raum weiter da ist nämlich dann so eine kleine halle und in dieser halle dann kommen wir hier einmal rein in den nächsten raum und da können wir halt hier in der halle quasi diese große tür hier drüben finden schwere eisentür schwere eichentür so heißt und die können wir dann wieder knacken mit unsere schloss knacken fähigkeit und da ist auch wieder ein bisschen fingerfertigkeit gefragt aber nicht ganz so viel wie bei der ersten tür das heißt diese tür können wir eigentlich relativ einfach knacken und machen sie dann auf um in den nächsten raum zu kommen das ist nämlich dann der raum wo auch der verdorrtet drin ist wir machen also hier einmal die tür auf und kommen dann hier in so eine riesige halle mit so einer statu in der mitte und da geht es rechts in so ein tunnel gewölbe aber hier in dieser großen halle da versteckt sich eben der verdorrte im hinteren gang links neben der statu finden wir hier so vasen und da ist ein kleiner schalter hier an der seite so ein knopf den drücken wir einmal und dann geht eben die geheimtür zum verdorrten auf jetzt kommen noch einige gegner macht die auf jeden fall platt sind ein paar skelette sollte aber nicht allzu schwierig sein und das könnt ihr am anfang direkt eigentlich schon erledigen und so den verdorrten befreien wenn ihr den kampf nämlich dann überstanden habt könnt ihr hier hinten in diesem geheimen raum zu dem verdorrten reingehen wo eben ein sarkophag ist beziehungsweise eine grabstätte und da öffnen wir einmal den sarg hier und können dann dort den verdorrten herausholen der unterhält sich mit euch fragt euch auch ein paar dinge die ihr dann beantwortet und im endeffekt sagt ihr das menschenleben alle gleichwert sind oder im menschenleben eben eigentlich gar nichts wert sind und das findet ziemlich cool und kommt dann zu euch ins lager und jederzeit wenn ihr ein lager eröffnet könnt ihr dort also dann den verdorrten finden könnt euch bei ihm umskillen aber auch eben mit charakter euch dort bei ihm kaufen die eure party begleiten und eben einen großen vorteil daraus bekommen der verdorrte ist wirklich ziemlich wichtig den euch zu holen denn in eurem lager ist ja der einzige der irgendwie umskillen kann und euren charakter noch mal neue attribute verteilen lässt und so weiter das ganze relativ easy grad am anfang könnt ihr euch den holen und macht das auf jeden fall freunde ich wünsche euch noch viel spaß im baldos geld drei däumchen hoch und aber nicht vergessen wenn euch dieses video helfen konnte und dann hören wir uns nämlich auch beim nächsten mal macht's gut adios und ciao ciao